So, wie ihr hört, hoffe ich zumindest, ich gehe davon aus, dass ihr es hört, ich rühre mir immer noch eben Kakao um und dann wird hier eine richtig schön lange Runde Far Cry 3 gestartet. Ich habe einen Bären gehört, der ist irgendwie auch gar nicht so weit weg, ich habe aber keine Ahnung, wo er genau ist. Da ist er ja. Hallo. Ähm, brauchen wir von dir irgendwas? Ich gehe einfach mal davon aus. Du musst schon auf deinen Gegner zurennen, wenn du den besiegen möchtest, mein Freund. Stopp, halt, halt. Nein. Jetzt muss ich hier runterrutschen, ich wollte eigentlich das Quad nutzen, ne? Um hier unsere Reise wieder zu beginnen. Ähm, komme ich hier auch wieder hoch? Wenn ich hier runterrutsche? Sieht jetzt nicht so gut aus, muss ich sagen. Gut dann lassen, dann haben wir den Bären jetzt umsonst getötet. Tut mir sehr leid. Kommt nicht wieder vor. Ich habe nicht wirklich einen Plan für diese Aufnahme. Ich habe einfach gedacht, ach komm, hier, legst du einfach mal wieder los. Klippenaussichtspunkt. Aha, ja, 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 ja. Wo sind wir eigentlich? Hallo, hallo? Bin ich blind? Ähm. Ähm. Da sind wir. So. Jetzt habe ich das auch. Das ist sehr gut. So, ich würde sagen, äh, wo machen wir denn weiter? Ein Draht zur Vergangenheit. Das ist natürlich, klingt erstmal spontan ganz interessant. Ähm. Wir könnten natürlich auch hier oben erstmal ein bisschen die Insel weiter bereisen. Aber ich würde sagen, komm, das ist hier direkt nebenan ein Draht zur Vergangenheit. Das erinnert sich schon ganz gut. Da wollen wir mal eben hier Datei markieren. So, und dann geht es ab hier mit dem Quotti. Gib ihm. Mal ein bisschen den Sound leiser machen auf meinem Ohr. So. Ui, 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 das könnte mein Tod werden. Tja, es läuft halt nicht immer, ne? Sonst ist es ja oftmals gut gegangen, aber dieses Mal nicht. Jetzt ist die Frage, ob alles Sonstige abgespeichert wurde. Mal eben auf die Karte gucken, dann wissen wir das auch sofort. Ja. Wurde sonst alles abgespeichert? Alles klar, dann ist der Tod nicht ganz so schlimm. Ich werde mir mal schnell hier alles nachkaufen. Zack. Ein bisschen den Rotz verkaufen. Zack. Und jetzt nochmal ganz kurz schauen, ob wir denn hier... Ah, können wir uns was herstellen? Raketenbündel? Guck mal, was ist das Raketenbündel? Machen wir doch einfach mal, würde ich sagen. Sehr gut. Haben wir wieder ein bisschen mehr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier können wir auch was herstellen. Nein, weiter der Flamme gehört. Nee, 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 nee. So, ähm, ich wollte aber eigentlich in die Fähigkeiten nochmal reingucken. Doch, die wurden auch abgespeichert. Wunderbar, dann können wir jetzt hier raus. Und dann rasen wir jetzt aber wirklich mal zu unserem Ausrufezeichen. Müssen es allerdings erneut markieren. Und dann stellen wir einfach mal eine Verbindung in die Vergangenheit her. Wir nehmen uns natürlich hier diese Schrottkarre. Die fahren sich am... Besten, ich höre euch! Drecksvögel. Ach, ich stehe sogar schon in die richtige Richtung. Ich hätte ja jetzt schwören können, dass ich in die Richtung muss. Wo seid ihr denn, ihr Arschlochvögel? Da hinten, na gut. Macht, was ihr wollt, ey. Mit euch will ich echt nichts zu tun haben, ihr Säcke. Äh, adiante. Irgendwas singt der da. So, jetzt müssen wir hier rechts mal gucken, ob das irgendwie geht. Vielleicht führt ja sogar die Straße da hin. Das wäre ja immer gut. Ich muss ja auch nicht immer quer durch die Wallachai fahren. Sondern kann mich ja mal einigermaßen hier an die... An den Verkehr halten. Obwohl es ja eigentlich nicht so wirklich Verkehr gibt. Aber, naja, was soll's. So, grünes Blatt. Fühle ich gut. Nehme ich mit. Zack. Hm, lecker. Das ist ja mal... Hallo? Was ist hier los? Was machst du da? Ich seh keine Orchideen. Aber gut. Hallo. Hi. Ich bin ein Freund von Dennis und du bist ein Freund von Dennis. Also sollten wir auch Freunde sein. Die Logik ist mir nicht ganz klar, aber mach weiter. Ja. Du kennst ja unsere einst schöne Insel. Mhm. Ich wette, dass sich unsere Ahnen die Augen ausheulen. Wegen dem, was ihren wunderbaren Tempeln passierte. Darum brauche ich deine Hilfe. Eine Gruppe von uns will die Tempel wieder aufbauen. Aber wir vermissen die geschnitzten Tafeln, die einmal an den Wänden hingen. Oh. Die kaiserliche Armee stahl sie vor über 60 Jahren, aber ich glaube, sie sind immer noch auf der Insel. Du willst also, dass ich sie suche? Würdest du? Werde ich machen. Danke. Es ist mir eine Ehre. Natürlich. Jason tut einfach alles. Ist ja vollkommen egal, dass er eigentlich seinen Bruder rechnen möchte. Noch ein paar Leute. Ähm. Hoppala. Das ist mir die Milch umgefallen. Ich habe mir nämlich wieder ein bisschen mehr Kakao eingegossen. Und er möchte natürlich noch ein paar Leute retten. Aber gut. Wieso nicht auch einfach mal ein bisschen was für die Uran tun hier. Für die Eingeborenen. Ich finde ja auch grundsätzlich erstmal so ein Tempel hier ganz geil. Muss ich jetzt erstmal sagen. Oh. Gucken, was uns hier erwartet. Erstmal ein paar Kisten. So. So. Was haben wir hier hinten? Haben wir natürlich mal wieder hier. 6 von 120 Menschen. Wir sind ja da ganz weit vorn. Oh. Oha. Jetzt schwimmen wir aber mal. Ah. Ich glaube, wir müssen erstmal ganz kurz nochmal hier einen auf den machen. Die sind ja auch irgendwie hier falsch, ne? So. Im Groben. Aber wir nehmen uns mal die hier noch eben mit. Ist hier sonst noch was? Nein. Alles gut, Brody. Alles gut. Alles gut. Ganz ruhig. So. Alles klar. Den Tempel haben wir auch bereist. Super. Hopp. Hier gab es nur nicht das, was wir eigentlich gesucht haben. Gucken. In welche Richtung gehen wir zuerst? Mal einfach mal M. Gucken. Vielleicht wird uns ja hier irgendwas angezeigt. Ah, wir sind ja schon fast da, Mensch. Hier irgendwo müsste jetzt so eine Steintafel sein. Hallo? Steintafel. Ich würde dich ja eher mal hier so direkt an solche Steinwänden vermuten und nicht hier mitten in der Wallachei. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich da täusche. Hallo? Steintafel. Kann es sein, dass ich hier jetzt mal wieder so ein bisschen blind bin? Obendrauf muss ich ja sicherlich nicht, ne? Das würde mich sehr wundern. Hallo? Das ist natürlich jetzt hier mal wieder typisch. Dass ich die Tafeln nicht finde. Moment, dann versuchen wir es erstmal woanders. Da hinten. Ich werde erstmal kurz da hinten hinfahren, weil dann weiß ich vielleicht, wie die Tafeln überhaupt aussehen. Wenn ich sie denn da hinten finde. So. Zack. Mal schauen. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Und dann, wenn ich weiß, wie so eine Steintafel überhaupt aussieht, dann finde ich bestimmt auch die andere da vorne. Allerdings ist das hier jetzt gerade... Erstmal ein bisschen... Ja. Was ist das hier? Das ist... Das ist nix, ne? Das ist ver... Ne, das ist nix. Gut. Hier oben ist also... nichts. Ich bin ganz spontan mal runtergesprungen. Mir ist Gott sei Dank nichts passiert. Das ist gut. So. Komme ich hier noch irgendwo hoch? Komme ich nicht hoch. Okay. Ständig bleibe ich hier irgendwo hängen. Was ist denn hier? Say. Steintafel? Ich muss irgendwie da hoch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Hep. Ah, gut. Ich hab's einfach mal mit Gewalt versucht, ne? Hätte ja klappen können. Verdammt. Hier auch. Ne. Verschmeißt er sich wieder darüber. Das bringt mir herzlich wenig. Oder muss ich vielleicht... Moment. Moment. Escape. Was ist hier los? Wieso kann ich wieder... Oh, jetzt müssen wir mal ganz kurz... Kleinen Moment mal eben. Ich bin sofort wieder... So, da sind wir auch schon wieder. Das ging ja ratzfatz schnibbeldibab. Aber jetzt müsste ich... Oh, jetzt ist meine Karte da unten natürlich mal wieder ein bisschen... Uah. Mal wieder ein bisschen... Verstellt, weil ich hier die... Weil ich kurz auf dem Desktop war. Gut, müssen wir jetzt erstmal mitleben. Aber, wie ihr seht, es hat funktioniert. So, wie ich mir das vorgestellt habe. Müsst ja nicht mehr so gut aus, mein Freund. Moment, das war der falsche Knopf. Zack, die ich nehme hier mit. Und jetzt müssen wir noch irgendwie... Hier an der Leiter vorbeikommen. Die Frage ist nur, wie kommen wir an dieser Leiter vorbeikommen? Komm ich nicht durch. Hier komme ich aber dran vorbei. Das ist ja super. Zack. Seht ihr, so macht man das. Jetzt werde ich aber doch mal ganz kurz gucken, ob ich nicht hier direkt in-game... Ups. Abbrechen. Das Ganze wieder korrigieren kann, indem ich mal kurz die... Ne, das würde eh nicht funktionieren. Gut, lassen wir die... Karte eben so... Man kann es ja trotzdem einigermaßen gut erkennen. So, das haben wir dann. Nehmen wir doch einfach wieder das Auto. Jetzt weiß ich wenigstens auch, dass ich einfach irgendwas in die Luft sprengen muss, um da hinzukommen. Wo wir hinwollen. Dann mache ich das auch gleich mal hier vorne. Aber... Wobei... Wo könnten wir denn als nächstes hin? Fangen wir erstmal hier zu den rechten. Wuppa. Uh. Ah. Alles gut. Ui. So. Das läuft doch ganz gut. So. Jetzt sind wir... Das ist wahrscheinlich da hoch. Wollen wir mal versuchen hier. Ähm... Da liegt sie doch. War ich hier nicht gerade eben? Sagt mal, wie blind bin ich denn? Ist ja unglaublich! Was soll's. Ab zur nächsten Karte. Äh, Steintafel. Die ist doch da unten. Die ist doch da unten. Dann... Doch einfach mal hier runter. Die wird wahrscheinlich doch hier hinten im Wasser sein. Muss jetzt einfach mal die Augen ein bisschen weiter öffnen. Steintafel, hallo. Ist ja sicherlich hier irgendwo auf dem Boden. Brody hat schon wieder Atemungsprobleme. Kann ich denn eventuell... Herstellung... Kampf... Nee. Forschung. Okay, dafür bräuchte ich ein blaues Blatt. Och, habe ich dummerweise nicht. Egal. Die kriegen das auch ohnehin, hoffe ich. Ach, die liegt direkt hier vorne, ne? Oder? Ist es die? Jo. Das war ja... Mal wieder klar. So, mein Freund. Ich hab deine Tafeln. Wie sieht's aus? Brauchst du die? Willst du die haben? Oder soll ich jetzt hier noch irgendwas anderes für dich tun? Auf jeden Fall. Soll ich mit dir reden? Oder? Was ist hier los? Ist das so, ja? Ja, du hast doch gerade erzählt, dass du hier voll geil das alles wieder aufbauen möchtest. Aber ich frage mich, weshalb hier jetzt nichts passiert. Weshalb passiert hier nichts? Jetzt. So. Gern, 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 ey. Kein Ding. Kein Problem. Wie viel hab ich bekommen? Äh. Ist okay. Ist okay, möchte ich meinen. Und dann würde ich einfach mal sagen, mach ich jetzt aber trotzdem mal ganz kurz hier nochmal eine Aufnahmepause, um wieder meine Auflösung hier vernünftig hinzubekommen, denn schön ist das jetzt so nicht. Ne? Mit der Karte. Das nervt mich irgendwie ein bisschen. Also, bis gleich. Ich, äh, ne? Es ist ja vielleicht, äh, auch und wenn nicht sogar viel mehr. Ich, äh, auch und ich, äh, auch und man kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017